Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und damit auch einen wunderschönen Start in die neue Handelswoche. Bitcoin bei 27.900 US-Dollar, wenig Veränderung das ganze Wochenende, deswegen gab es auch gestern kein neues Update-Video, weil sich einfach nichts getan hat. Wir stehen weiterhin kurz davor, entweder einen Breakout zu sehen oder wirklich nochmal ein kleines Liquiditätstanken, bevor wir dann einen wirklichen Breakout-Versuch nach oben hin starten. Bin ich eher short eingestellt oder eher long eingestellt? Das werden wir uns natürlich im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kommt in die Telegram-Gruppe rein. Und momentan gibt es bei BingX eine coole Aktion, nicht nur, dass ihr im Endeffekt den Bonus weiterhin bekommt, das ist klar, das sage ich euch öfters mal. Aber es gibt momentan wieder so eine SuperX-Handelsmeisterschaft, wo ihr im Endeffekt mit Handelsvolumen euch für Preise registrieren könnt, was gewinnen könnt. Also schaut auch gerne vorbei, müsst ihr im Endeffekt euch nur registrieren und dort dann anmelden. Kriegt ihr aber alles dann auch nochmal in der App oder wie gesagt auf der Website dann gezeigt. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 27.900 US-Dollar. Ihr seht, die Bewegung am Wochenende war relativ wenig. Egal auf welchen Time-Frame wir gucken, 1 Stunde, 4 Stunden, sogar gestern gab es kaum Bewegung. Wobei man dann immer sagen müsste, okay, mindestens Sonntagabend war eine kurze Bewegung, irgendwie ein Dump oder ein Pump oder sowas. Aber auch das gab es gestern nicht. Wir haben nur noch unseren kleinen Wick hier oben bei ungefähr 28.300 US-Dollar und bei ungefähr 28.600 US-Dollar. Beides wurde nicht angelaufen. Wir haben nach unten hin noch unser kleines Golden Pocket. Wobei ich aber wirklich behaupte mittlerweile, das wird sehr, sehr uninteressant. Also die 27.600 US-Dollar-Marke sollte meiner Meinung nach nicht mehr unbedingt angelaufen werden, weil die meiste Liquidität eher in diesem Bereich hier unten zwischen 27 und 27.2 liegt. Dafür können wir aber im Endeffekt, wenn wir uns das übergeordnete Golden Pocket anziehen, beziehungsweise ansehen, hier mal einen Blick drauf werfen. Und zwar hier liegt unser Golden Pocket genau bei 27.000 klar. Das heißt genau hier unter unseren Wicks. Und wir haben letzte Woche zweimal unsere Long-Entries verpasst. Einmal bin ich dann noch hinterhergejumpt, beim ersten Mal nicht. Aber ihr könnt euch noch daran erinnern, dass wir gesagt haben, okay, Entry hier bei 27.150, der dann wie gesagt hier um 20 US-Dollar nicht abgeholt wurde. Leider in dieser Hinsicht gehe ich immer noch davon aus, dass wir uns zumindest mal diesen Bereich hier unten noch einmal abholen, die Liquidität darunter tanken, weil wir jetzt hier zwei schöne Wicks schon mal gebildet haben. Zweimal aber die Ineffizienz nicht ganz genau auf den Dollar abgeholt haben, beziehungsweise gefüllt haben. Das heißt, hier liegt schon noch ein bisschen Long-Order, beziehungsweise auch noch ein bisschen Liquidität, die wir uns holen können, bevor wir dann möglicherweise einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Von der Newslage haben wir ja gesagt, Montag, Dienstag ist immer noch so ein bisschen, wissen wir nicht. Wir haben einen relativ starken Dollar immer noch, der nochmal für den Reversal gut ist. Das heißt, es könnte heute nochmal ein bisschen abwärts gehen. Es würde ganz gut dazu passen. Und sollte dann die Newslage Mittwoch, Donnerstag dazu passen. Wir haben es uns vorgestern im Marktausblick angeguckt. Also schaut euch den gerne an. Alle wichtigen Infos da auch im Marktausblick nochmal drin, ist auch in der Gruppe angepinnt. Sollten die News dann positiv sein, gehe ich davon aus, dass Bitcoin nach oben hin komplett durchbricht und auch hier wirklich nochmal einen Anlauf in Richtung 30.000 US-Dollar starten könnte. Vorläufig, wie gesagt, müssen wir auf dem DXY auch ein bisschen gucken, wie startet der. Und da sehen wir schon die ersten kleinen Erholungszeichen. Das Fake-Out hier ist immer noch möglich. Aber solange wir einen starken DXY haben, gehe ich davon aus, dass Bitcoin nochmal ein bisschen runter geht. Das würde dann eben hier zum Golden Pocket passen. 27k, 26.8 rum, um nochmal die Liquidität zu tanken, um dann möglicherweise nach oben hin durchzuballern. Man muss auch dazu sagen, Montag ist immer noch so ein False-Move-Day. Das heißt, der Kurs kann nochmal ein bisschen nach unten korrigieren, würde auch dazu passen, heute im Laufe des Tages, bevor wir dann wirklich nach oben durchdringen. Ansonsten RSI relativ weit hoch, Volumentechnisch sehr, sehr wenig momentan, was es hier gibt. Wir brauchen uns einen Traders-Reality-Indikator kaum anzusehen. Also von der Range her, die ist sehr eng, da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Die Grundrange, beziehungsweise der Abtrend, ist weiterhin intakt, würde dann gebrochen werden. Unser Last-Week-Low liegt auch am Golden Pocket. Also das müssen wir auf jeden Fall hier im Blick behalten und sollten wir auf jeden Fall nicht verlieren. Ansonsten gibt es hier wenig zu sagen derzeit. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich short eingestellt, habe aber noch keinen drin. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht kurzfristig, also wirklich kurzfristig hier nochmal diesen Bereich hier oben nochmal antesten, bevor wir dann die Liquidität nach unten hin abholen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier wenig Veränderung, sage ich jetzt mal, in den letzten zwei, drei Tagen. Nachdem wir hier unten unsere gelbe Zone abgeholt haben, Long Order, wurde noch nicht gefischt. Da hatten wir hier unten diesen Bereich, wo wir mal überlegt haben, aber ansonsten tut sich hier sehr, sehr wenig. Ein Stunden-Time-Film sehen wir auch. Wir haben hier drunter die Liquidität liegen. Seht ihr unten an diesem Volumen-Cluster. Das heißt, dieses Tief sollte meiner Meinung nach nochmal abgefischt werden. Wenn wir jetzt aber bei Bitcoin von ungefähr 26.800 bis 27.000 US-Dollar ausgehen, wird es wahrscheinlich so sein, dass auch Ethereum hier unten nochmal diese Zone bei 1.570 US-Dollar testen wird und dann erst so eine Art doppelten Boden, wenn wir uns jetzt mal hier diesen Bereich angucken, dann ausbilden würde. Ansonsten Long oder Short würde ich hier beides gerade in diesem Zeitpunkt nicht machen. Wir haben Wehner nach oben hin sehr, sehr viel Liquidität abzufischen. Nachdem wir uns seit dieser Futures ETF wirklich gelistet wurde, hier keinen wirklichen signifikanten Move mehr nach oben hin gesehen haben, liegt hier eben sehr, sehr wenig Liquidität. Trotzdem, Ziel übergeordnet sollte diese Woche wirklich bullisch werden. Wenn Bitcoin wirklich nochmal versucht, hier einen Breakout nach oben hin zu starten, ist es sehr, sehr gut möglich, dass wir hier oben nochmal das Golden Pocket erreichen, die Liquidität abziehen und dann entweder Crash oder weiteren Pump auf jeden Fall sehen. Aber kurzfristig würde ich hier erst einmal die Finger davon lassen, hier in irgendwelche Trades reinzugehen. Wir müssen diesen Bereich hier unten erstmal abwarten. Die 1.607 US-Dollar Marke sollte diese nicht halten und Bitcoin deutlich weiter tiefer fällt, dann würde ich eher davon ausgehen, dass wir in Richtung 1.570 US-Dollar gehen. Das wäre auch momentan eher so das Primärszenario. Also das heißt grundsätzlich kurzfristig bearish Bitcoin, Ethereum und ansonsten längerfristig oder mittelfristig für diese ganze Woche mit positiven News. Natürlich sollten diese kommen, bin ich dann erst einmal bullisch. Ansonsten, wie gesagt, tut sich wirklich wenig Newslage. Mittwoch, Donnerstag ist wichtig. Heute erstmal so ein bisschen reinkommen in die Woche. Trotzdem wünsche ich allen eine erfolgreiche Handelswoche. Ja, eine erfolgreiche Handelswoche. Schauen wir mal, was die Stockmärkte etc. pp. machen. und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns heute Abend zu einem neuen Format wieder. Also heute Abend geht es dann los mit dem neuen Format beziehungsweise mit den neuen Videos auf jeden Fall. Und dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Start in die Woche. Wir hören uns. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join und dann bis heute Abend. Ciao, ciao und wie immer, stay cropped.